Also jetzt mal ganz kurz real. Dass der jetzt genau wusste, wo ich war, lässt mich jetzt so ein bisschen fragen, gerade. Oh, ey, mein Endgame-Sound sind dort mal ganz kurz. Also ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Hacker, by the way, ich will jetzt meine Endgame-Sons noch ein bisschen da sein und so. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Hacker und dann ist es keiner. Aber was der drückt, ist doch schon... Was der drückt, kommt mir an manchen Stellen etwas nicht ganz clean vor. Kann es doch einfach sein, dass der Global Eatsmurf seine schwule Oma ist. Schreibt noch... Ah, Ranks! Weil man ja auch in CS gut 30 Ränge hat, oder? Ja, der hat bestimmt so einen Aim mit 200 Stunden in CS. Boah, dass ich hier auch noch heute was hinbekomme. Tut mir leid, ich glaube nicht, dass der Chip Keen ist. Jonas wird jetzt sagen, dass der Chip Keen ist. Das sehe ich schon kommen. Mein Gott! Ich bin gerade auch extrem Brain-RfK. Aber sorry, der Chip ist nicht clean. Halt's Maul. Junge, er cheatet und muss mich dazu noch RfK killen. Ah ja, der kommt aus Weißrösland. Kleiner Hurensohn. Wenn ihr mehr von dem Format sehen wollt, schreibt es doch bitte in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da. Und abonnieren natürlich. Nicht vergessen, wenn ihr keine Videos verpassen wollt.